Ich und Kunst hatten nie einen besonders guten Draht zueinander. Sobald ich konnte, hatte ich in der Schule Kunst abgewählt und bei Gesellschaftsspielen, bei denen es irgendwie ums Malen geht und irgendjemand erraten muss, was ich gezeichnet habe, möchte mich eigentlich keiner wirklich dabei haben. Dabei finde ich es trotzdem faszinierend, wie gut manche Leute malen oder zeichnen können oder aber auch für wie viel Geld manche Kunstwerke einfach verkauft werden. Ich bin dann selber auf Selbstexperimente im Internet gestoßen, wo Leute versucht haben, in einer Woche zeichnen oder malen zu lernen oder manchmal auch versucht haben, diese Gemälde zu verkaufen. Und da habe ich gedacht, das Ganze möchte ich auch gerne versuchen. Ich möchte also in sieben Tagen versuchen, zeichnen zu lernen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, drei Gegenstände bzw. drei Sachen zu zeichnen und ich werde jetzt am Anfang diese drei Gegenstände einfach mal so zeichnen, wie ich sie jetzt gerade zeichnen würde und möchte dann mit verschiedenen Videos lernen zu zeichnen. Ich bin mir bewusst, dass es diese Selbstexperimente schon gibt, allerdings bin ich fast davon überzeugt, dass ich wirklich der schlechteste Mensch im Zeichnen bin, den es auf dieser Welt wahrscheinlich gibt. Sagen jetzt wahrscheinlich ganz viele, aber ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr schlecht. Und deswegen möchte ich einmal ein Gesicht zeichnen, ein Gebäude zeichnen und ein Boot im Wasser zu zeichnen, weil ich da drei gute Tutorials gefunden habe, mit denen ich das Ganze lernen möchte. Ich bin gespannt, was nach diesen sieben Tagen dabei rauskommt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, freue mich auf das Selbstexperiment. Falls ihr noch mehr Selbstexperimente sehen wollt, lasst doch gerne ein kostenloses Abo und ein Like da. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie gut ich diese drei Sachen zeichnen kann, bevor dieses Selbstexperiment startet. Ja, ihr lacht wahrscheinlich, aber so sehen tatsächlich diese Sachen aus, bevor wir jetzt dieses Selbstexperiment gemacht haben. Ich habe mich wirklich angestrengt, so wie ich konnte. So sieht ein Gesicht aus, was ich male, ein Boot auf dem Wasser und einmal das Gebäude, was ich zeichne. Ich sage mal so, schlechter kann es eigentlich fast nicht werden. Deswegen hoffe ich, dass wir in einer Woche auf jeden Fall etwas an Fortschritt sehen können. Als allererstes soll man erst mal lernen, Figuren bzw. Formen zu zeichnen, weil sich wohl ganz viele Sachen einfach aus den einfachsten Formen zusammensetzen. Deswegen habe ich jetzt in mehreren Tutorials gehört, dass man einfach anfangen soll, Kreise, Rechtecke, Quadrate, was auch immer, erst mal so oft zu zeichnen, bis das irgendwie ins Blut übergegangen ist. Ich finde, das hört sich irgendwie merkwürdig an. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich der Schritt ist, um das Ganze wirklich zu lernen. Allerdings habe ich das jetzt oft gelesen, oft gehört. Deswegen habe ich jetzt erst mal angefangen, viele verschiedene Figuren so oft zu zeichnen wie möglich. Und dann werden wir im nächsten Step anfangen, uns an das erste Objekt zu wagen, was wir dann letztendlich zeichnen wollen. Für das Zeichnen verwende ich übrigens auch jetzt keine speziellen Stifte oder spezielles Papier, sondern arbeite ganz einfach mit Bleistiften und zeichne erst mal ganz normal aufs Papier. Ja, an Tag 2 habe ich dann ganz einfach erst mal weiterhin an der Linienführung gearbeitet. Zum Zweiten habe ich dann versucht, langsam in Perspektive zu zeichnen und auch das ganze Thema Schatten noch mal genauer zu betrachten. Habe mir also zu diesen einzelnen Themen weiterhin kleine Tutorials angeguckt und grundsätzlich erst mal so ein bisschen Tutorials angeschaut, die wirklich für blutige Anfänger gedacht sind, damit wir nicht direkt einfach drauf losmalen, sondern erst mal so grundsätzlich ein bisschen Verständnis für das ganze Thema Zeichnen bekommen. Und morgen an Tag 3, denke ich mal, werden wir dann langsam anfangen, die Objekte zu zeichnen, die wir uns letztendlich auch vorgenommen haben zu zeichnen. Ja, Leute, ich habe gestern an Tag 3 einige Tutorials noch angeschaut zum Thema Fluchtpunkt, weil gerade die Proportion und dieser Fluchtpunkt wird für die Gebäudezeichnung relativ wichtig, wenn ich das richtig verstanden habe. Und heute an Tag 4 habe ich tatsächlich meine erste Gebäude mit Landschaftszeichnung fertiggestellt. Und ich zeige euch das gleich einmal ganz kurz. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass man so viel Progress, so viel Verbesserung in der kurzen Zeit sieht. Aber hier haben wir einmal das Bild, was ich am Anfang gezeichnet habe, was ich am Anfang auch schon mal eingeblendet habe. Und das hier ist das, was ich heute gezeichnet habe, nachdem ich mir halt verschiedene Tutorials in Richtung Fluchtpunkt und Schatten und so weiter angeschaut habe. Und ich finde, dafür, dass ich sonst wirklich nicht gut bin und das gerade zum ersten Mal mache, sieht das gar nicht so schlecht aus. Ich bin gespannt. Morgen geht es weiter mit dem Gesicht. Da wird das Thema Proportionen nochmal sehr wichtig. Aber bis dahin bin ich auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden und bin gespannt, ob das morgen genauso gut klappt. Ja, die nächsten Tage habe ich dann damit verbracht, nochmal genaue Proportionen zu zeichnen, weil das gerade fürs Gesicht super, super wichtig ist. Und das Gesicht ist mir auch auf jeden Fall am allerschwersten gefallen. Das werdet ihr gleich nochmal sehen. Bei dem Boot war das auch relativ wichtig, weil ich ja gerne das Boot im Wasserliegen zeichnen wollte. Auch das werde ich gleich einmal zeigen. Ich bin allerdings sehr zufrieden mit dem, was ich in dieser Woche gelernt habe. Man sieht hier nochmal schön den Vorher-Nachher-Vergleich. Und ich finde, dass man selbst mit einer Woche auf jeden Fall sich schon etwas verbessern kann, auch wenn ich natürlich in die Nachher-Bilder viel mehr Zeit investiert habe, als in die Vorher-Bilder. Allerdings bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Selbstexperiment. Falls ihr noch mehr Selbstexperimente sehen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für Selbstexperimente so sehen wollt. Danke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.